So, ich habe noch ein bisschen an Kilometern heute gut zu machen, bin jetzt auf 1500 Meter Höhe und noch circa, keine Ahnung, knapp 300 Höhenmeter. Und dann komme ich an das eigentliche Ziel, es ist ein See auf fast 2000 Metern Höhe. Jetzt fragt mich nur nicht, wie der heißt, das habe ich jetzt durch den Sauerstoffmangel hier durch die Höhe ganz verdrängt. So, liebe Freunde, ich bin jetzt auf knapp 2000 Meter Höhe und in der Tat ein türkisgrüner See. Im Hintergrund sieht man die Wasserfälle und die schneebedeckten Gletscher. Ich nehme an, das sind dann fast 3000, vielleicht 3500 Meter, wo dann die schneebedeckten Gletscher sind. Das wären dann nochmal ganze 1000 Meter. Nicht ganz so leicht, aber es ist wirklich, hat sich super gelohnt, hierher zu kommen. Ich bin ganz happy und es ist ein bisschen ungemütlich. Die Sonne verzieht sich jetzt langsam. Das heißt, ein bisschen kühler Wind, was eigentlich ganz erfrischend ist. Ich habe ein Podobau dabei, den werde ich wahrscheinlich jetzt gleich mal anziehen. Sauerstoff ist auch spürbar weniger. Herzrhythmus, was sagt die Uhr? 119 BPM vor 51 Minuten, das ist schon eine ganze Weile her. Wird sich wahrscheinlich gesteigert haben im Laufe der Zeit. Ich bin ein bisschen vorsichtig, bewege mich nicht ganz so schnell, aber ich denke, man kann das alles ganz gut bewerkstelligen. Jetzt ist irgendwie noch eine Stunde, anderthalb Abstieg angesagt und dann gibt es wahrscheinlich Abendessen irgendwo. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020